Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Infovideo. Heute ist sehr, 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 wirklich außerordentlich wichtig. Eigentlich habe ich mir jetzt im Nachhinein gedacht, du solltest dieses Infovideo gar nicht machen. Problem ist, es gibt keinen Weg darum rum. Also ihr braucht jetzt keine Panik haben oder so. Nicht, dass ihr denkt, oh mein Gott, der hört auf oder so. Nee, so ist das nicht. Es wird nur eben halt eine derbe, 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 derbe Änderung geben. Nämlich, wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, der gute Agni997, Suishumaru und auch viele andere sind Partner bei TGN. Für diejenigen, die es nicht wissen, TGN ist eine, schlag mich tot, ich habe das Wort vergessen, die einem LPR, also einem Let's Player wie mir, Partnerrechte und eben halt auch den kompletten, einen kompletten Partnerstatus bei YouTube geben. Und eben halt, ja, man kriegt halt über diese TGN kriegt man halt Partnerrechte. Und genau da habe ich mich jetzt auch mal angemeldet. Und jetzt, ich sehe es schon, komm, jetzt geht schon alles. Jetzt werden schon die meisten Leute auf den Dislike-Button masturbieren und durchdrehen, ganz ehrlich. Nee, ähm, weil ich sehe es ehrlich gesagt, komm, jetzt wo ich zu TGN wechseln will, also dass ich dann eben halt auch Geld für meine Projekte bekomme, dass da alle sagen, oh mein Gott, du wirst wieder, du wirst Geld, geil, das geht mit dir los, wie mit Ali, ah la la. Ja, ganz ehrlich, wenn ich nur einmal diesen Kommentar lese, es geht los wie bei Ali, der kann direkt seine Sachen packen und auf den D-Abo-Knopf drücken, sonst erledige ich das. Nee, ähm, dafür muss ich nämlich einen neuen Channel aufmachen, den habe ich auch schon aufgemacht, allerdings ist da noch gar nichts drauf. Der ist auch noch gar nicht bearbeitet, da muss ich noch alles machen, da will ich auch noch alles machen. Aber da ist halt noch gar nichts gemacht, deswegen habe ich den auf, äh, privat gestellt, den Kanal. Und da werde ich auch später zu kommen, aber jetzt erstmal, damit ihr nicht alle durchdreht von wegen, oh mein Gott, was wird denn aus den ganzen Projekten, muss ich jetzt erstmal was sagen, denn im Endeffekt, dass ich TGN-Partner werde, hat im Grunde mehr für euch, als auch für mich. Im Grunde haben wir, profitieren wir da alle durch von. Ich möchte euch das jetzt nur mal erklären, damit jetzt nicht alle denken, oh mein Gott, du wirst so kommerz, äh, der Abo will die nicht mehr. Weil im Grunde, wenn ich TGN-Partner werde, haben wir da alle was von. Ich, ich, ich erkläre es euch mal. Wenn ich mit meinem neuen Kanal TGN-Partner werde, werde ich zwar diesen Kanal, also Shadowsaur 1305, auf Halbeis legen, dazu komme ich noch, und werde Let's Plays nur noch auf dem neuen hochladen, wirklich nur noch auf dem neuen. Weil da habe ich eben halt Partnerrechte, da werde ich für meine Let's Plays bezahlt und etc. pp. Jetzt kommen wir aber zum Eigentlichen, wo ihr die Vorteile habt. Ihr als meine Zuschauer müsstet, wenn der nur den neuen Kanal abonnieren und eben, ja, was ist abonnieren? Ihr müsstet ihn halt, äh, im Auge behalten, wenn ihr weiter meine Let's Plays verfolgen wollt. Und dann eben halt, ähm, habe ich natürlich nur den Vorteil, ich kriege Partnerrechte. Das heißt, ich kann wieder Stundenparts hochladen. Ich kann längere Parts hochladen. Ich kann mehr Parts hochladen. Ich habe mehr Auswahl, was meine Projekte angeht, weil ich Rechte bekomme und etc. pp. Das ist alles so derbe. Deswegen, ähm, im Grunde habt ihr da letzten Endes viel mehr von als ich. Und jetzt geht mal bitte ganz tief in euch und fragt euch selber, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einer Sache, die ihr gern macht, was bei mir das Let's Plays ist, Geld zu verdienen, ist ja nicht viel. Ich bin, es ist für mich eine Art Nebensache, es ist ein Nebenverdienst. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit eurem Hobby, was euch wirklich Spaß macht, Geld zu verdienen, würdet ihr dann Nein sagen? Fragt euch das mal selber und beantwortet euch das mal. Weil, das Einzige, was ich habe, sind die Rechte und eben halt das Geld. Mehr habe ich aber auch nicht. Ich mache meine Let's Plays genauso wie früher jetzt. Ich habe sogar schon alles aufgenommen. Ich kann euch sogar sagen, was ich, ähm, aufgenommen habe. Nämlich, ähm, nee, ich sage es euch nicht. Ich mache da ein Geheimnis draus. Geheimniskrämerei. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, also bevor ihr jetzt alle denkt, oh mein Gott, der wird Kommerz. Kommerz, oh mein Gott, der Abo. Denkt einmal nach. Ist es denn so schlimm, dass ich an meinem Hobby jetzt Geld verdiene und dass es deswegen keinen Spaß mehr macht, meine Let's Plays zu gucken, weil sie sich dann aus irgendeinem Grund ändern sollten? Sie ändern sich wirklich kein Stück. Ich bleibe derselbe Let's Player, der ich jetzt bin. Und außerdem kommen wir noch zum zweiten Punkt. Der Kanal Shadowsor 305 bleibt erhalten. Das heißt, alle Projekte werden, äh, beibehalten. Makika wird jetzt noch fertig hochgeladen. Holy Magic Century wird wahrscheinlich denn bei mir auf, äh, meinem neuen Kanal weitergeführt. Weil das ist doch noch ein bisschen viel. Oder da muss ich mich mal mit Make, mit Make, mit Make, nee, mit Make beschnacken, wie er das sieht. Und, ja, auf jeden Fall, Makika wird jetzt im Laufe der Zeit noch hochgeladen. Und, ähm, die ganzen Projekte, alle bleiben. Plants vs. Zombies, Mirror's Edge. Alles bleibt da. Alles bleibt wie gewohnt. Und eben halt der Kanal Shadowsor 305 wird für so kleine Nebensachen verwendet. Der wird auch ein bisschen dazu benutzt, um meinen normalen Channel zu supporten. Aber da werden auch Team Fortress Matches hochgeladen. Replays, äh, irgendein bearbeiteter Bullshit von mir. Ich hab dann auch wieder mehr Zeit. Wenn ihr, wenn ihr müsst das mal so denken. Wenn ich Geld hab, dann kann ich wieder Sachen machen. Wer weiß das schon. Nee, auf jeden Fall, das ist so eine Tatsache. Also, ich hoffe jetzt echt, dass ich deswegen keine treuen Abonnenten verliere. Nur, weil ich jetzt eben halt, äh, TGN-Partner werde. Weil ich das möchte, weil, weil, ja, ich möchte halt für mein Hobby auch mal wieder was, was mal zurückbekommen. Was das Finanzielle angeht. Überlegt mal. Mein Studiomikrofon, 100 Euro. Meine beiden Grabber, ich hatte ja damals eine TV-Karte. Jetzt hab ich einen Grabber. Das sind auch nochmal knapp an die 100 Euro. Das geht alles ins Geld. Ich musste das alles immer aus meiner privaten Tasche bezahlen. Und wenn ich jetzt mal ein Konto anlegen könnte, was, wozu ich auch gleich noch komme, ähm, wo ich halt mal mein Hobby, was ich von meinem Hobby verdiene, kann ich endlich mal ein bisschen, mir mal ein paar Wünsche auch mal erfüllen. Glaubt ihr, mit meinem Azubi-Geld komme ich weit? Nee. Ganz ehrlich. Dann haben wir noch den Punkt, ähm, was hab ich grad gesagt? Pfff. Ähm, ja, was das angeht. Deswegen wird's wahrscheinlich jetzt erstmal knapp eine Woche oder so keine, äh, keine weiteren Videos von mir geben. Außer Magika halt. Und sobald ich halt meinen neuen Kanal offen hab und der auch da Let's Plays hochgeladen werden, geb ich euch natürlich sofort Bescheid, werd den verlinken. Und, äh, das Video nähe ich dann irgendwie absolut oberfucking wichtig, euer Let's Play-Kanal ist da jetzt. Und, äh, ja. So ist das auf jeden Fall. Aber jetzt müsst ihr eben halt noch euch eine Woche gedulden, weil momentan hab ich das Problem, mein Bankkonto ist nicht Online-Banking-fähig. Und da morgen Samstag ist und ich, äh, Montag Schule hab, muss ich hoffen, dass ich Montag da irgendwie schnellstmöglich einen Termin kriege. Ich muss, also es kann sich einfach nur dran handeln, wie lang das dauert, bis ich einen Termin bei der Bank kriege. So einfach ist das. Mehr kann ich da leider auch zu nicht sagen, das ist das Problem. Okay, also ihr werdet jetzt erstmal ein bisschen mit Pauz und Magica, ähm, Vorlieb nehmen müssen. Aber sobald das dann eben halt weitergeht auf meinem neuen Kanal, geb ich euch natürlich sofort Bescheid. Ich geb euch den Link. Ich werd meinen kompletten Kanal jetzt so umstellen, dass er eben halt auf diesen neuen Kanal hinweist. Und eben halt, dass ihr da nichts verpasst. Weil ich kann dann auf dem neuen Kanal, dann kann ich einmal einen kompletten Neustart machen. Ich hab neue Projekte. Ich werd alte nochmal wiederholen, also ein Let's Play-Againz. Ich werd wieder Stunden-Parts weitermachen. Und überlegt mal, Stunden-Parts. Ich werd ja, ich darf das eigentlich gar nicht sagen. Ich darf das auch nicht sagen, ich werd das auch nicht sagen. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall krieg ich weniger Schotter dafür, wenn ich eine Stunde hochlade als vier einzelne Parts. Macht Sinn, oder? Dörr. Auf jeden Fall, ähm, ich hoffe, ihr nehmt mir das echt nicht übel, dass ich dann demnächst Partner werde und eben halt mal ein bisschen mir was dazu verdiene durch mein Hobby. Wie gesagt, das Einzige, was für euch dazukommt, ist eben halt, dass ihr diesen neuen Kanal habt, der, auf dem ich jetzt meine Let's Plays hochlade. Weil auf dem hier, hab ich so viele Content-beinhaltende Sachen. Ich hab mit dem Chef telefoniert und der meinte, äh, nein, nicht telefoniert, geskypt war das. Auf jeden Fall, ähm, der meinte auch, ich müsste alles runternehmen, ich müsste überall dies und das in jedem Video machen. Ich hab 1800 Videos, wisst ihr, wie lange das dauert? Zu lange! Auf jeden Fall, ähm, hab ich mir dann gesagt, komm, ich mach da einen neuen Kanal, da hab ich das denn simpler. Auch da nochmal jetzt ein ganz großes Danke an Sui Shumaru. Eigentlich wollte ich mich da an, äh, an Agnei wenden, anfangs. Ich hab zuerst ja auch eine Zeit lang gedacht, äh, TGN-Partner, weiß ich gar nicht, ob ich das will. Dann hab ich immer mehr darüber nachgedacht, hab mir gesagt, doch, warum nicht? Dann kam immer mehr dieser Gedanke, warum nicht, rein. Und dann wollte ich eigentlich mich mal bei Agnei erkundigen, wie das läuft. Und war da aber nicht da. Aber genau einen Tag vorher hab ich gesehen, ah, Sui hat seine Rechte bekommen, fragst du den mal? Also trotzdem auch Danke an Agnei, auch wenn du mir nicht geholfen hast, du hast mich ja im Grunde in die richtige Richtung getreten, was TGN geht. Und, ähm, da hab ich dann Sui gefragt und der hat mich dann weitergeleitet und ganz, ganz große Nummer. Fand ich echt super von dir, Mann, da schulde ich dir echt noch was. Und eben halt, mein neuer Kanal wird dann gepartnert, der kriegt die Partnerrechte und ich laber schon über 10 Minuten. Und, wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht das, weil ich hab den Kanal jetzt noch auf, äh, auf privat, weil ich möchte da noch nichts drauf haben, ehe ich da auch nichts gemacht hab. Ich möchte nicht für Sachen belohnt werden, die ich nicht gemacht hab. Sprich, Abos bekommen für etwas, was ich noch gar nicht getan hab. Wenn, dann möchte ich erst was tun und dann dafür die Lorbank kassieren. Ich mag das nicht, wenn ich dann einfach was bekomme für was, was ich noch nicht gemacht hab. Aber ihr braucht auf jeden Fall keine Angst haben, meine Let's Plays bleiben so wie sie sind. Ich bleibe wie ich bin. Und ich will auch weiter meinen Spaß am Let's Plays haben, so ist das nicht. Ganz ehrlich, es ist nur immer halt ne Sache, Geld stinkt nicht. Sagt euch das mal selber. Wenn euch jemand einen 100-Euro-Schein in die Hand drückt, beispielsweise, würdet ihr dann sagen, nein, möchte ich nicht? Das bezweifle ich. Das macht niemand. Weil Geld ist Geld und der Mensch braucht Geld zum Leben. Das ist der Punkt halt. Ich will ja auch mal irgendwann hier ausziehen. Ich will auch irgendwann mal einen Führerschein machen und sowas. Und wenn ich dann halt durch mein Hobby noch ein bisschen was dazu verdienen kann, neben meinem läppischen Azubi-Gehalt. Warum nicht? Wer es mir jetzt übel nimmt, der darf gerne auf den D-Abo-Knopf drücken und sich verziehen. Wer es verstehen kann, bei dem bedanke ich mich jetzt schon mal viermals. Und wir sehen uns denn jetzt entweder bei Magica. Oder wenn ich euch Bescheid gebe, dass mein neuer Kanal da ist. Bis dahin. Seja Leute.